Diese Städte wollen Autos, Fleisch und Milch verbieten. Müssen wir natürlich laut den Klimaaktivisten sehr viele Einschränkungen in unserem Leben vornehmen. Das ist das eigentliche Ziel meiner Meinung nach. Diese Einschränkungen in unserem Leben, die wollen uns einschränken. Was die Kleidung angeht, so darf man nur drei neue Kleidungsstücke pro Person... Drei Kleidungsstücke pro Jahr, Digga. Ich glaube und ich habe das Gefühl seit Corona, dass sie immer mehr Mechanismen etablieren werden, wie sie Menschen kontrollieren können. Dieses mit QR-Code-Scannen und diese ganzen Sachen, das war kein Zufall, dass das so gekommen ist. Wacht auf! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Auf Rumble abonnieren. Erster Link in der Beschreibung. Das ist so wichtig, Freunde, weil wir müssen weitermachen so, weißt du? Und wenn von einem Tag auf den anderen, wie bei Kollegen aus Amerika, die ich kenne, die ähnliche Themen behandeln, der Kanal verschwindet, dann gibt es mich nur auf Rumble. Deswegen seid sicher, dass ihr mich auf Rumble abonniert. Und vor allen Dingen gibt es da Content, den es hier nicht gibt. Wenn ihr noch mehr Content wollt, mehr von diesen Videos, mehr geile Scheiße, kommt auf Rumble vorbei. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt, diese Städte wollen Autos Fleisch und Milch verbieten. Verbieten wir den, man, Alter. Mit Fleisch und Milch hätte ich jetzt persönlich gar keine Filme. So, hätte ich keinen Stress mit, weil ich selber kein Milch konsumiere und kein Fleisch konsumiere, weil ich vegan unterwegs bin. Strong vegan gains. Aber was ich natürlich nicht feiere, ist, wenn man Menschen vorschreiben möchte, was die zu konsumieren haben und was nicht. Da bin ich schon wieder so, weil ich bin auch ein sehr freilebender, freidenkender Mensch, selbstdenkender Mensch. Und deswegen bin ich gespannt, was hier erzählt wird. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Und jetzt gehen wir rein in den Laden. Let's go. Eine Gruppe von 100 Städten hat sich ziemlich krasse Klimaziele für 2030 gesetzt. Das heißt, kein Fleisch, keine Milch, kein Fliegen und vieles anderes auch nicht. Welche deutschen Städte in dieser Gruppe sind und ob du... Ich sag dir so, wie es ist, ne. Ihr müsst mal googeln. Ich meine, WHO ist jetzt auch keine wirklich vertrauenswürdige Quelle, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber laut WHO sind die fünf Lebensmittel, beziehungsweise die fünf Dinge, die Menschen, die am meisten Krebs bei Menschen verursachen, rotes Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Alkohol trinken und weißer Zucker. Deswegen Fleisch und Milch sollte man sowieso weglassen, meine lieben Freunde. Sage ich euch genau so, wie es ist. Und wenn du davon auch betroffen wirst, das erfährst du in diesem Video. Los geht's. Im Rahmen dieser... Keine Fliegen esse ich sowieso nicht. Er hat gesagt, kein Fliegen. Und das ist halt wieder so eine Sache, da werde ich hellhörig, weil ich bin ein, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein freilebender Mensch, der gerne machen möchte, was er für richtig hält. Und wenn da Einschränkungen kommen, so dann... Bro, dann muss ich eigentlich nur noch gucken, wie ich meine Familie daraus bekomme und dann Adieu. In der ganzen Klimahistorie gibt es einige Länder und einige Städte, die diese Verbotsideologie besonders ernst nehmen und unsere Freiheit maximal einschränken wollen. Die besonders krassen Städte haben sich in einer Gruppe mit dem Namen C40-Städte zusammengeschlossen. Und wenn du mal auf die Webseite dieser C40-Städte gehst, dann kannst du dort direkt die Definition sehen. Dort steht, C40 is a global network of mayors of world-linked cities that are united in actions to confront the climate crisis. Das sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, ich will auch, ich habe auch gar keinen Bezug mehr richtig zu Städten, seitdem ich auch hier in Tulum war und so. Ich lebe lieber an kleinen Orten. Tulum wird mir auch schon wieder ein bisschen zu wild, zu groß. Ich will am Strand gehen und alleine da sein. Ich will mich mit der Erde connecten, mit dem Wasser, mit den Tieren und so. Und nicht überall Musik und Alkohol und Girls, die am Rumspringen sind und so. Ja, war für eine Zeit geil, aber ich brauche Ruhe. Ich will mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. So, weißt du, wie ich meine? Auf Deutsch heißt das, C40 ist ein globales Netzwerk von Bürgermeistern der größten Städte der Welt, die gemeinsam gegen die Klimakrise vorgehen. Und aktuell umfasst diese Gruppe fast 100 Städte, welche 20% der globalen Weltwirtschaft ausmachen. Und diese Städte hatten bereits 2019 ein Grundsatzprogramm rausgebracht. Und dieses Programm wurde jetzt in 2023 offiziell wieder bestätigt. Es trägt den Titel The Future of Urban Consumption in the 1.5 Celsius World. Das heißt, die Zukunft des städtischen Verbrauchs in einer 1,5 Grad Welt. 1,5 Grad, das ist ja dieses Klimaziel, ne? Damit ist quasi eine Welt gemacht, die das 1,5 Grad Ziel des Pariser Einkommens einhält und nicht überschreitet. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Was ist, wenn die Natur entscheidet, einfach wärmer zu werden, so? Und wir Menschen da jetzt nicht einen Einfluss drauf haben, ob es ein oder zwei Grad doch wärmer wird, ne? Das ist, was die denken, die denken, dass alles so regulierbar ist und dass alles steuerbar ist, so, ne? Und um diese 1,5 Grad einzuhalten, müssen wir natürlich laut den Klimaaktivisten sehr viele Einschränkungen in unserem Leben vornehmen. Das ist das eigentliche Ziel meiner Meinung nach. Diese Einschränkungen in unserem Leben, die wollen uns einschränken. Die wollen unseren Mind, also unsere Gedanken und jetzt auch unseren Körper so weit wie möglich einsperren, damit wir nicht mehr frei sind, so. Und wenn du körperlich nicht frei bist, dann bist du hier oben auch nicht frei. Und wenn du hier oben nicht frei bist, bist du körperlich nicht frei. Das geht 1 zu 1 miteinander, weißt du? Das geht in Hand in Hand so. Und, ja, Digga, dieses Gefängnis im Kopf, das ist riesig, gerade in Deutschland. Und wir müssen wirklich maximal verzichten. Und hier zeige ich dir mal ein paar Auszüge aus dem Bericht, worauf du dann in Zukunft verzichten musst. Hier in der ersten Grad... So, jetzt geht's los hier. ...siehst du ganz global, wie viel CO2 denn in den einzelnen Kategorien eingespart werden soll, um dann bis 2023 die Welt zu retten. Bei den Gebäuden 44%, Essen 60%... Das ist alles für mich, das ist alles für mich hier, das ist alles nur alles Tools dafür, unseren Kopf zu ficken. Transport 39%, Kleidung 66%, Elektronik 33% und Fliegen 55%. Und selbstverständlich gibt es auch in diesem Bericht dann konkrete Vorschläge für die Bürger. Und hier zeige ich dir jetzt mal die Top 5 der Vorschläge, die es einzuhalten gilt. Und zwar, Fleischkonsum wird reduziert auf 0. Milchkonsum und alle ihre Derivate wird ebenfalls reduziert auf 0. Was die Kleidung angeht, so darf man nur drei neue Kleidungsstücke pro Person... Und ich weiß, dass Leute jetzt denken, oh, das ist ja voll verrückt, das wird niemals so kommen und so. Bro, ey, das hätte man auch gesagt, wenn man so ein Video gemacht hätte über diese Covid-Maßnahmen, die getroffen werden und so. Hätten ganz viele Leute gesagt, ach, niemals wird sowas passieren, dass die Regierung sagt so und so und dass du irgendwelche Dinger scannen musst und damit du irgendwo reinkommst und so. Was laberst du, dies, das, blablabla. Und dann ist das wirklich um die... Heutzutage ist alles möglich. Alles. Drei Kleidungsstücke pro Jahr, Digga. Pro Jahr kaufen, wie das denn bei Kleinkindern und Babys laufen soll, die ja in Erwachstumsphase sind, habe ich keine Ahnung, aber so ist die Vorschrift. Außerdem keine privaten Fahrzeuge mehr, also auch keine E-Autos, nein, rein gar nichts. Und das Letzte, nur noch einmal Kotstrecken fliegen alle drei Jahre. Bro. Also, wenn du von Berlin nach Mallorca fliegst, dann ist es okay, aber von Frankfurt nach Mallorca, das ist dann nicht mehr okay. Ein, ein, ein Kurzstreckenflug alle drei Jahre und kein Langstreckenflug oder was? Haha. Dann, wenn ihr nach Mexiko in Urlaub wollt, müsst ihr laufen, meine lieben Freunde, ja? So, bisschen Cardio an der Stelle. Ihr seht also, diese ganzen Einschränkungen, das war jetzt ja nur eine ganz kleine Auswahl, ist ziemlich krass und diese C40-Städte wollen genau das umsetzen. Und deswegen schauen wir doch mal, welche deutschen Städte bei dieser C40-Gruppe dabei sind. Auf einer... Segelschiff, ah jo. ...Karte von dieser Webseite, da kannst du es nämlich wunderbar einsehen. Hier sind die Städte auf... Das Video ist doch nicht aktuell. Das Video ist vor einem Tag hochgeladen. 195.000 Klicks, 14.000 Daumen nach oben. ...der ganzen Welt verteilt und Deutschland haben wir mit Berlin und mit Heidelberg zwei... Heidelberg! Näh! ...Städte in dieser Liste. Allerdings ist diese Liste schon etwas älter. Nur Deutschland und Heidelberg, nur Berlin und Heidelberg. Mittlerweile gibt es sogar eine Erweiterung dieser Liste, welche du auf der Webseite 40knowledgehub.org eins... Versuch mal in Mannheim langer. Geht nicht. Wirst du sehen. Da sind die Querdenker versammelt. Kennt ihr doch. Xavier und Lovelock alleine, Digga. Die Väter der Querdenker. Und dort stehen dann schon 17 deutsche Städte drauf, die sich ja an diese Ziele halten wollen und diese ganzen Einschränkungen einführen wollen. Und da haben wir dann mit dabei Berlin, Hamburg, Hannover, Oldenburg, Gütersloh, Münster, Essen, Dortmund, Bonn, Frankfurt, Speyer, Mannheim. Was? Was? Heidelberg, Pforzheim, Konstant, München und Ingolstadt. Nein! Also alle diese 17 Städte wollen diese Klimahistorie komplett mitmachen und uns unser ganzes Leben verbieten. Und wenn du jetzt in einer von diesen Städten wohnst, dann kannst du jetzt ja eventuell schon mal darüber nachdenken... Dich zu verpissen aus Deutschland! ...ob du eventuell bis 2030 einen Umzug mit einplanen willst. Aber nur wenn du das schlecht findest... Ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. ...wenn du es gut findest, darfst du natürlich gern da wohnen. Bis 2030 soll das passieren, sagst du? ...ist halt nur ein kleines bisschen blöd, wenn man dann zum Beispiel... Bis 2030 steht da auf der Liste jede Stadt drauf, mein Jutzer. ...in Duisburg noch Fleisch essen darf, ja, und Auto fahren darf, aber in den Nachbarstädten in Essen und Dortmund halt nicht mehr. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Und selbstverständlich müssen dann ja noch die ganzen Details geklärt werden, weil das macht ja einen riesengroßen Unterschied, ja. Ob du zum Beispiel als Berliner kein Fleisch mehr essen darfst, ja. Egal wo du auf der Welt bist, also auch wenn du im Ausland bist. Oder ob eben alle, die gerade in Berlin sind, kein Fleisch mehr essen dürfen. Also als Berliner darfst du auch in Mexiko kein Fleisch essen, Digga. Und ich hoffe, du hältst das ein, Digga. Weil der Socialist-Credit-Score, der wird überall gemessen, Digga. CBDC, it didn't man, Alter. Das ist natürlich jetzt eine übertriebene Darstellung, aber... So, Alter, ich sag dir ehrlich, sowas kann definitiv in der Zukunft passieren. Ich glaube, und ich hab das Gefühl seit Corona, dass sie immer mehr Mechanismen etablieren werden, wie sie Menschen kontrollieren können. Dieses mit QR-Code-Scannen und diese ganzen Sachen, das war kein Zufall, dass das so gekommen ist. Wacht auf! Besucher und Touristen, ja. Und wenn ihr euch dann darüber mal Gedanken macht, ja. Oder wenn ihr euch auch das nächste Mal darüber aufregen wollt, weil ihr wieder für drei Monate beim Termin beim Bürgeramt warten müsst, dann liegt das nicht daran, dass die Mitarbeiter beim Bürgeramt faul sind, sondern weil sie sich mit genau solchen Schwachsinn der Klimahistorie beschäftigen müssen und sowas auch noch umsetzen müssen. Und der Oberhammer ist ja, selbst wenn man diesen ganzen Schwachsinn mitmacht und wirklich auf alles verzichtet, was dort in der Liste ist, dann wird das wirklich 0,0 helfen, um dieses willkürliche 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Tja, und warum? Tja, du zählst den einen oder anderen schmutzigen Dieselgenerator, womit du denn für ein bis zwei Stunden pro Tag Strom haben konntest, um deine Wäsche zu waschen. Aber ansonsten war es doch einfach zappenduster, ja. Die haben dort nicht mehr Strom. Und jetzt stelle ich mal vor, dass zum Beispiel unsere grüne Außenministerin, ja, und Umweltbeauftragte Baerbock in dieses Dorf liegt, ja, denen etwas von grüner Energie erzählt und denen dann die schmutzigen Dieselgeneratoren verbieten will. Also, erstens, das, zweitens muss ich ganz klar sagen, wie, wie, also diese Länder werden definitiv auch viel besser klarkommen, wenn zum Beispiel das Stromnetz auf der ganzen Welt einfach zusammenbricht. So Blackout-technisch und wir keinen Strom mehr haben, so, werden diese Länder viel besser klarkommen, auch hier in Mexiko, so wird keiner Panik schieben und die Leute werden nicht zu Zombies, weil die es gewohnt sind, so zu leben. Und zweitens, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab jetzt hier auch schon wieder ein-, zweimal einen Stromausfall gehabt, wo kein Strom da war, kein Netz, keine Strahlung und so. Ich bin noch nie so ruhig eingeschlafen. Zwei Kerzen angemacht, mit entspannten Tee getrunken, schlafen gegangen, ohne Handy, ohne Computer, nichts. Und dann, dann, dann weißt du mal wieder, wie sich das anfühlt, eigentlich ein normaler Mensch zu sein, ohne, ohne connected zu sein mit dieser ganzen Technik-Scheiße jeden Tag, so, weißt du? Das ist ja schon, wie als ob wir einen Chip im Kopf haben, weil wir haben den Chip ja hier vor uns, swipen da die ganze Zeit rum, so, das ist ja fast dieselbe Scheiße, so, weißt du? Dieser Chip in den Gehirn rein ist einfach nur die nächste Stufe von der ganzen Geschichte. Aber ja, ich glaube, wir Menschen sind viel zu viel mit dieser ganzen Technik schon kombiniert, so, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir Menschen uns am besten fühlen, wenn wir naturverbunden, wie das Dorf, was er eben gezeigt hat, naturverbunden irgendwo am Meer oder im Wald oder irgendwie mit der Natur connected leben und so wenig wie möglich von dieser ganzen Scheiße benutzen, so. Ich glaube, dann geht's uns wirklich am besten. Also, entweder wird sie dann direkt vor Ort gekreuzigt oder zumindest mit übelsten Beleidigungen aus dem Land gejagt. Du musst einfach wissen, 85% der Weltbevölkerung lebt entweder in Entwicklungsländern oder sogar in Dritte-Weltländer. Die kämpfen dort um ihr Überleben. Ja, und die sind teilweise einfach glücklicher als die Leute in Deutschland. Das sagt doch schon einiges, Freunde, oder? Ja, das sagt doch schon einiges, ich bin gerade in so einem Dritte-Welt-Land, Entwicklungsland. Geht gerade von Dritte-Welt-In-Entwicklung rein, aber die Leute sind glücklicher, die sind zufriedener, die sind dankbarer. Vollkommen egal, ob deren ihr Strom grün ist, ob der gelb ist, ob der braun ist, ob der schwarz ist. Die sind froh, wenn die überhaupt Strom haben, ja, egal aus welcher Quelle der kommt. Denn ist diese ganze Klimahistorie völlig egal, für die geht's nur ums Überleben. Die 85% der Welt leben, die scheinen auf dieses 1,5-Grad-Ziel und deswegen werden wir es sowieso nicht erreichen. Egal, wie viel wir in Europa verzichten. Ja, das ist doch so ein Gedanke, Dicker, der ist voll dumm, wenn du einfach überlegst. Wie soll so ein kleines Europa, okay, Europa ist jetzt nicht so kein, aber wie soll das kleine Europa dafür sorgen, dass sich die ganze globale Erwärmung auf der ganzen Welt verändert? Und wir sind jetzt dafür verantwortlich. Deswegen müssen wir alle nur noch drei Kleiderstücke am Tag im Jahr und dürfen nur noch einmal irgendwo hinfliegen und dürfen keine Autos mehr haben, keine Freiheit mehr haben. Wir müssen uns komplett als Menschen einschränken. Und die großen Firmen, die eigentlich die ganze Scheiße in die Atmosphäre reinblasen und so, die fliegen jeden Tag mit Privatjet, wohin die wollen. Politiker fliegen mit Privatjet auf Klimagipfel und scheißen komplett drauf. Haben einen Chauffeur, fahren mit Auto hin, wo die wollen. Bro, was ist das denn? Alleine da siehst du doch schon, wie sinnlos das ist. Jungs, Mädels, wacht mal auf, Alter. Für alle Leute, die sich auf die Straße kleben oder irgendwie Klimaaktivisten sind oder so, hinterfragt euch mal selber. Das gehört zum vernünftigen Menschsein und Denken dazu. Wenn ihr mal eure eigene Philosophie oder Ideologie hinterfragt und mal richtig wirklich guckt, wie die Welt gerade funktioniert und was ihr da gerade versucht voranzutreiben, dann müsst ihr selber merken, ey, das ist gerade eigentlich dumm, was ich hier fordere. So, weißt du? Kinders. Die beiden Länder, China und Indien, machen 35% der Weltbevölkerung aus und die bauen gerade so viele Kohle- und Gaskraftwerke wie noch nie. Ja, die geben Gas, die scheißen auf diese ganzen Geschichten. Und wir deindustrialisieren... Die wollen einfach weiter wachsen und die sind hungrig. Und allein wenn die beiden weitermachen, können wir unsere ganzen Ziele nicht erreichen. Und politisch kannst du die auch nicht umstimmen, ja. Die ziehen ihr eigenes Ding durch. Und deswegen, wenn du hier in Deutschland deine Zukunft von deiner Stadt dazu gezwungen wirst, ja, auf Fleisch zu verzichten, aufs Auto zu verzichten, aufs Fliegen zu verzichten, dann kannst du dir eins mal sicher sein. Das wird der Umwelt absolut 0,0 helfen. Du machst das wirklich völlig umsonst. Es ist einzig und allein dafür da, das Gewissen von irgendwelchen Klimahysterikern zu befriedigen. Weiß ich nicht, Digga, da muss ein großer Grund dahinten dran stecken, hundertprozentig. Also ich bin mir sicher, dass das nicht irgendwelche Kleinigkeiten sind, die da dahinter stecken, was gerade auf der Welt passiert. Weißt du, da steckt ein Plan dahinter, zu einem gewissen Maße auf jeden Fall. Der Plan, der vielleicht dahinter steckt, geht nicht hundertprozentig auf, aber irgendeine gewisse Intention muss es dahinter geben. Welche das ist, kann ich dir nicht sagen. Was das Ziel davon ist, weiß ich auch nicht, Digga, aber es ist auf jeden Fall sehr komisch. Ich finde es sehr komisch, diese ganzen Geschichten, die gerade in der Welt passieren. Und ja, Alter, wenn das so weitergeht, wie gesagt, andere Länder, Bricks, Staaten etc., tun sich gerade zusammen, machen eine neue Währung, geben Gas, diskutieren nicht über LGBTQ, diskutieren nicht über Klimawandel, diskutieren über diesen ganzen sinnlosen Scheiß, über den wir in Deutschland, in der westlichen Welt, auch in den Staaten und so jeden Tag diskutieren. Das tun die nicht. Das machen die nicht. Machen die nicht. Und das gibt denen einen riesen Vorteil so. Und das müssten die doch eigentlich checken. Warum reagieren wir nicht darauf und kommen mal wieder zu Sinn? Weißt du, wie ich meine? Naja, schauen wir mal, meine lieben Freunde. Wir müssen auf jeden Fall bewusst sein. Das ist ganz wichtig, meine lieben Freunde. Lassen wir uns von dieser ganzen Entwicklung nicht so krass beeinflussen, dass wir nicht mehr in unserer Mitte sind und unser Ding durchziehen und bewusste Menschen sind, die Augen offen halten, gute Menschen sind, versuchen ein höheres Bewusstsein zu schaffen, in dem wir selber bewusster sind. Und ja, den Glauben an die höhere Energie, Gott nicht verlieren. Alles wird schon gut am Ende des Tages so. Alles wird gut. Everything happens for a reason so. Gott ist allmächtig, Gott ist groß und das soll alles genau so sein, damit wir auf irgendwas, was ich selbst noch nicht sehen kann, aber es soll auf irgendwas hinauslaufen. Und deswegen macht euch keine Sorgen, Freunde. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Immer schön positiv weitermachen, ne? Ich liebe euch. Kommentar schreiben, Daumen nach oben dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.